Achso, ist ja offen. Ja genau, das sah jetzt irgendwie so zu aus, gell? So. Freuen wir der Nacht. Willst du nicht hier die Leiter hoch oder so? Ja. Finch, eben rede ich noch davon, alles zu durchsuchen und du läufst einfach strak dran vorbei. Naja, ich wusste nicht, ich wusste nicht, ich wusste gar nicht und so. Hat man ja fast nicht gesehen. Guck, hier ist ein Artefakt. Ein Artefakt? Los kommst du nicht durch? Bin ich zu fett? Ja? Ja, sagst ruhig, dass ich zu fett bin. Ja, der Anzug trägt auf. Verdammt, ich wusste es. Hätte ich nur Mark 42 mitgenommen. Mach mal ein bisschen Hände da unten. Ich finde meinen Anzug voll geil. Na, deine sind sowieso immer viel geiler als meine. Das stimmt. Man kriegt hier, das weiß ich, dass man, wenn man... Wie heißt denn das Spiel? Warte, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube... Welches Spiel ist denn das, wo diese N7 dabei ist? Sagt der jetzt irgendwas N7? Nein. Nicht wirklich. Ach, was weiß ich. Auf jeden Fall, wenn man das Spiel gespielt hat, dann kriegt man... Ja. Mach mal ein extra Anzug von Carver auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei Isaac aussieht, aber der sieht verdammt cool aus. Aber das ist ein komplett anderes Spiel? Oder wie? Das ist nur als extra. Das ist dann auch von EA das Spiel. Und dann kriegst du als Belohnung, dass du das hier dann spielst, einen extra Anzug. Ja. Weißt du, es ist wie bei Need for Speed Most Wanted früher auf der Playstation. Da hast du, wenn du so einen anderen Need for Speed Teil auch gespielt hast, der hat das auf der Speicherkarte gelesen. Dann hat er gesagt, ja vielen Dank, da da. Und dann hast du irgendwie 10.000 Dollar mehr gekriegt am Anfang des Spiels. Ja, bei Assassin's Creed ist das ja auch so. Black Flag. Ja. Ja. Isaac. Isaac. Sie hat es geschafft. Gott sei Dank. Ich wusste, du würdest nachkommen. Gut, dass wir es geschafft haben, Isaac. Sollen wir euch zwei vielleicht kurz allein lassen? Was soll das denn heißen? Ich meine einen der Vergangenheit ist begrüßt man vielleicht nicht so herzlich. Wir brauchen ihn. Diese Mission brauchen ihn. Brauchen wir ihn oder brauchst du ihn? Hey, haben sie mir was zu sagen, Captain? Gut. Schluss jetzt. Stopp. Wir müssen die verdammte Maschine abschalten und wissen nicht mal, wo sie ist. Ich schon. Ich meine, ich glaube, ich weiß, wie sie ist. Ich hab mich durch die Reste der Forschungsunterlagen gewühlt und... Ich dachte, das wäre alles zerstört worden. Die Computerdaten, ja. Aber die geschriebenen Logs erwähnen ein Experiment mit Signalortung, das den genauen Standort der Maschine angezeigt hat. Wenn wir das wiederholen, schaffen wir das auch. Aber es ist am anderen Ende des Komplexes. Dann sehen wir uns das mal an. Ich könnte einen Tapetenwechsel brauchen. Was für ein riesen Arschloch, hm? Es gibt immer einen riesen Arschloch in so einer Geschichte. Und meistens heißt er Steve. Zu meinem Bedauern. Der hier heißt... Heißt er Steve? Nee. Aber es gibt trotzdem genug Filme und so. Kapitel 10. Jetzt wissen wir's. Ich hab doch eine hergest... Was zum... Ich hab eine... Hä? Da muss ich mir die Aufnahmen nochmal angucken. Ich bin mir sicher, dass ich eine hergestellt hab. Aber der Admiral sagt sich, Admiral Graves hat hier nicht mehr zu sein. Oh, Mann. Soll es mich wohl der dreiköpfige Affe gewesen sein, der sie gestohlen hat. Ja, oder... Ach, was weiß ich. Vielleicht hab ich auch keine Arschloch. Das bringt mir das nur allen. Ach, nein. 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 Mal etwas... Äh... Ja, er hat viele Termine und so. Und deswegen konnte er noch kurz bei mir vorbeischauen. Und deswegen ist er auch gegangen. Hm. Also, guck mal was hier auf... Guck mal was hier auf... Guck mal was hier auf der Kiste draufsteht. Semtex. Warum können wir den Scheiß nicht einfach mitnehmen? Damit wäre so vieles so viel einfacher. Semtex? Semtex. Sprengstoff und so. Ach so. Guck mal, der legt hier mal nach dem Boden rum. Nicht alles lässt sich mit Sprengstoff lösen. Ja, aber da wäre so vieles so viel einfacher. Bei manchen Dingen braucht man auch Grips. Naja, bei unseren Kreuzworträtseln vor allem. Ja, genau. Hallo, das sind Hightech-Kreuzworträtsel. Ja. Ah, hier ist eine Bank. Und so. Wollen wir noch was bauen? Ja, ich baue jetzt nur Torx-Schlange. Ganz sicher. Gut, wenn du eine baust, brauche ich keine bauen. Genau. Ach, und der Sucher ist auch zurück. Ah, sehr schön. Boah, übelst viel Wolfram jetzt mittlerweile. Naja, durch die Sucher-Bots, ne? So, ich habe sogar gerade zwei gebaut. Wenn die nachher weg sind, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Impulsgewehr, ich mag Impulsgewehr. Okay, jetzt genau. Herrsch... Ähm... Ich meine, zweit lebst gerade. Was machst du für Krach? Klingt, als hättest du irgendwie ein Anfall oder so. Klingt halt voll lustig hier. Ah, ah, ah! Ich habe dich wieder geboxt. So klinge ich höchstens, wenn ich aufs Klo muss und gerade nicht kann oder so. So, mal gucken, was wir noch so haben. An Angebot. Ach, das... Nachladen. Feuerrate. Auf jeden Fall. Nachladen. Immer. Clip haben wir nicht. Aber das könnte man doch eigentlich... Was ist denn eigentlich im unteren Tool? Achso, das sind... So, so Granatwerfer dran. Oder so. Auf jeden Fall. Tun... Stase hin. Ach, mach mal einfach mal dran. So, Upgrade Platinen kann man eigentlich... Man könnte doch auch irgendwie... Upgrade Platinen herstellen, oder? Ja, aber... Ich glaube, das können wir jetzt noch nicht so gute herstellen. Ja, aber wo ging das überhaupt? Ich finde das... Ich finde das gerade nicht. Na ja, wenn du auf die Waffe gehst und dann auf Upgrade Platinen und dann... Da neue Platine hinzufügen und dann neue Platine herstellen. Da geht das. Ach ja, klar. Ja, absolut. Dafür haben wir absolut noch nicht die Rohstoffe und man kann noch bisher nur Scheiß Platinen herstellen. Also ich lasse jetzt Tee drin, die ich drin habe. Ja, stimmt. Feierade habe ich nicht mehr. Schaden... Das macht alles nur Minus. Nachladen macht auch alles nur Minus. Also kann ich... Ja, ich könnte mal ein bisschen Munition herstellen. Das wäre vielleicht gar nicht immer so verkehrt. So. Ach ja, klar. Das wollte ich auch noch machen. Ach man, halten wir jetzt mal ewig an der Bank auf, ja. Ja, das müssen wir definitiv rausschneiden. Nee, 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 nee. Das kommt alles rein. Das muss sich jeder mit uns reinziehen. Ja, das ist so... Superspannend, ja. Ja, klar. Das gehört aber zum Spiel. So. Nun bin ich aber fertig. Das können sie ja auch losgeben, so ist ja nicht. YouTube bietet das ja neuerdings an, dass man auch Videos vor skippen kann. Wow. Gell? Wahnsinn. Hey, warte auf Isaac. Isaac, wir sind hier draußen. Und wir frieren. Beheilen Sie sich bloß. Ich jag dir die Kugel in den Kopf. Ja. Da hätte ich auch grad echt Lust drauf. Nein, du bist Carver, du darfst das nicht. Du hast ja nichts gegen ihn. Ja. Stimmt. Glaube ich jedenfalls. Hey, guten Tag. Und wie aus dem Nichts lande ich plötzlich neben mir. Ja, und plötzlich ist er wieder da. Was. Komm, komm schon. Lauf. Early. Geh schon. Wir treffen uns am Lager. Na jetzt. Jetzt geht's los, Junge. Hier vermisse ich's teilweise echt, dass man keine Granaten schmeißen kann oder sowas. Bin noch mal recht gerade. Oh. Ja, ich werf mich selbst ab. Au. Das sind gröte Bürger. Oh, der hat einfach Wolfram dabei. Und alles. Ich werde doch einfach mal Halbleiter einstecken. Was soll der einstecken? Halbleiter. Die komischen Stecker-Dinger war. Hm, ja. Das ist ja logisch, hat ihn ja immer mal dabei. Ja, logisch. Und du nicht? Woher kamen die? Sie müssen uns hierher gefolgt sein. Das ist unmöglich. Nicht durch den Shock Space. Ach ja, ist aber so. Early, schaffst du uns bis zum Lager? Oh Gott! Da kommen sie! Alli! Alli! Das kann nicht funktionieren, weil man muss immer beide durch die Tür kretschen wollen. Das war's. Wir haben, das war's. Wir haben ihn. Wir haben die Tür. Wir haben ihn mit. Die Tür, wir lassen. Sie haben ihn mit. Wir haben ihn mit. Wir haben ihn mit. Ich glaube das sind unsere Leute. Sicher? Ja. Oha. Oh. Er hat ihn voll gebrochen. Hast du es gesehen? Ja, aber irgendwie kann der sich noch gut bewegen danach. Ja, ja. Ja klar, die können das. Ja, die können das auch. Wir spielen auch schwer, da sind alle Feinde stark. Oh, Granate! Verdammt nein! Ja. In welcher Tür? Ja. Ali, geht es allen gut? Ja, ich glaube wir sind in Sicherheit. Wir sind alles andere als in Sicherheit. Die sind hinter Isaac her und wir sind ins Kreuzfeuer geraten. Da! Das Lager! Das Experiment zur Signalverfolgung sollte darin sein. Wir sind diesen ganzen Ärger nicht wert. Diese... Penne! Ich werde nicht sagen! Der will immer nur alles... Der will immer alles auf uns schieben! Na ja, vor allem auf dich! Oder so? Ah, nee. Arktisch eins. Ich weiß nicht. Rig Upgrade? Rig! Ähm... Okay, da fehlt mir einiges. Jetzt... Äh... Läufst du grad mit der Kiste vor meinem... Stase. Auch alles nicht. Ich kann gar nichts machen. Ach doch, wenigstens... Dauer. Ähm... Gläse. Schaden. Ja... So, wenigstens mal Stase. Ich mach mal die Stase. Die Dauer. Bisschen höher. Gut. Ach man, du hast so schnell... Ich wollte dich zu... Wollte dich zubauen. Ja, ich hab's gesehen. Hast du... Also mein Screen hast du schon halb zugebaut gehabt. Hahaha.